Mein ganzes Leben lang bin ich auf diesem Weg unterwegs gewesen. Und hier mussten wir immer einen Flusslauf überqueren. Doch heute findet sich darin kein einziger Tropfen Wasser mehr. Seit meiner Kindheit war hier immer genügend Wasser. Was geht hier nur vor? Auch die Berge haben bereits ihre Farben geändert. Seht euch die Täler an. Wie seltsam. Das ist nicht gut.